Niko Kovac hat beim FC Bayern den Gebrauch von Handys außerhalb der Umkleidekabine untersagt. Lothar Mateusz spricht sich deutlich gegen einen Verkauf von Sebastian Rudy aus. Hier gibt es alle News und Gerüchte rund um den FC Bayern München. Niko Kovac führt Handy-Verbot beim FC Bayern ein. Niko Kovac hat erklärt, dass bei den Bayern seit dieser Saison der Gebrauch von Handys außerhalb der Umkleidekabine verboten ist. Der Handy-Gebrauch ist in der Umkleide in Ordnung, ansonsten aber untersagt, sagte Kovac im Gespräch mit der Sportbild. Der Bayern-Trainer befürwortet einen direkten Austausch untereinander. Auch bei den Viziers auf der Liga sollen sich die Spieler entspannen, nicht permanent vom Handy abgelenkt werden. FC Bayern, Mateusz gegen Rudy Verkauf Lothar Mateusz hat sich für einen Verbleib von Sebastian Rudy beim FC Bayern ausgesprochen. Aus meiner Sicht wäre es ein großer Fehler, Rudy ziehen zu lassen. Ich sehe neben Xavi Martinez nur noch einen echten Sexer im Bayern-Kader und das ist jener Sebastian Rudy, schrieb Mateusz in seiner Sky-Kolumne. Zuletzt kamen Gerüchte auf, wonach RB Leipzig den Mittelfeldspieler aus München losheisen will. Der SWR berichtete am Dienstag sogar schon von einem fixen Wechsel. Nach Informationen der Sportbild stehen beide Vereine allerdings noch nicht in Verhandlungen. Spielerwechsel zur Ablöse in Euro Douglas Costa Juventus Turin 40 Millionen Arturo Vidal FC Barcelona 18 Millionen Niklas Dorsch FC Heidenheim Ablöse frei Felix Götze Augsburg Ablöse frei Fabian Benko Lasklinz Ablöse frei Tim Starke Karriereende Benjamin Mondi Lob Bayerns Tolisso Gibt sein Herz für die Mannschaft Manchester Citys Benjamin Mondi hat seinen Nationalmannschaftskollegen Koronteng Tolisso ausdrücklich gelobt. Er ist ein sehr guter Spieler Er rennt, hat tolle Fähigkeiten und ist physisch stark. Er hat eigentlich alles. Koronteng gibt sein Herz für die Mannschaft, sagte Mondi im Gespräch mit Sport einem. Des Weiteren geht der Abwehrspieler fest davon aus, dass sich Tolisso langfristig in München durchsetzen wird. Im Training musst du jeden Tag kämpfen. Wenn der Trainer ihn aufstellt, muss er da sein. Seine Zeit wird kommen. Werbung Werbung Wenn der Trainer ihn aufstellt, muss er da sein. Wenn der Trainer ihn aufstellt, muss er da sein. Wenn der Trainer ihn aufstellt, muss er da sein. Wenn der Trainer ihn aufstellt, muss er da sein. Wenn der Trainer ihn aufstellt, muss er da sein. Wenn der Trainer ihn aufstellt, muss er da sein. Wenn der Trainer ihn aufstellt, muss er da sein. Wenn der Trainer ihn aufstellt, muss er da sein. Wenn der Trainer ihn aufstellt, muss er da sein. Wenn der Trainer ihn aufstellt, muss er da sein.